So, wir sind bei Johannes Söhl. Johannes Söhl, Tagessieg in Gründau, hervorragend gemacht, souveräne Leistung. Hast du ein Problem gehabt heute? Nee, eigentlich nicht. Im ersten Wettungslauf bin ich nur Zweiter geworden, aber ist ja auch gut. Im wievielten Jahr bist du in der DM jetzt unterwegs? Im vierten. Ich fahre mein viertes Jahr jetzt. Wie alt bist du? Ich bin 40, also ich bin mit zehn gleich angekommen. Aber dieses Jahr stehen internationale Sachen auf dem Programm, nämlich? Ja, der Uraka Cup, also in Silo und Nova Parker. Und da will ich dann mal mit dem Auto von meinem Vater probieren, was da so geht. Naja, da triffst du dich ja mit der tschechischen Meute und den Russen und den Ungarn und den wilden Holländern. Irgendwie ein bisschen Magengrummeln? Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil ich das Auto noch nicht gefahren bin, also noch nicht so oft. Und es ist auch ganz anders als in NRD. Okay, willst du vorher noch testen ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. In meinem Verein, im MSG-Bahn, also da werde ich auf jeden Fall funktionieren. Und das ist überhaupt nicht mehr so. Schaust du mit einem schönes Magazin auf Mediasport? Ja, auf jeden Fall. Das war die richtige Antwort. Danke, Johannes. Sehr schön. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut.